Es geht um Schnäppchen, es geht um Rabatte. Und darum, dass Stern-TVs zulässt, dass vermeintliche Experten Rufmord an einer ganzen Branche begehen. Perfekt. Sie können sich heute wirklich auf die Sendung freuen. Oh ja, das können wir. Denn die schießt wirklich den Vogel ab. Aber reden wir auch darüber, was für ein Mist die Experten dahinter dir in der Sendung verzapfen? Ja, darüber werden wir natürlich auch reden. Hammer. Also ich werde darüber reden, denn bis zum Ende der Sendung greift keiner in diesen Wahnsinn ein, der gleich in den nächsten 45 Minuten passiert. Aber worum geht's überhaupt? Oder, ähm, das, ähm, sozusagen, sozusagen. Aber ich fasse mal kurz zusammen und gebe euch eine Inhaltsangabe mit und dann korrigieren wir den Quatsch. Für die Nachwelt. Falls da eventuell mal Rückfragen von Bürgerinnen und Bürgern kommen, die auf diese vermeintlichen Experten-Tipps gehört haben und irgendwann aufwachen und merken, dass das nicht alles so die beste Idee war. Also. Das Thema Energieversorgung. Und in diesem Bereich geht es. Es ist eigentlich ein Versuch eines Stadtwerks, sich gesund zu stoßen an den Kunden. Genau. Um den Vorwurf, dass sich die kommunalen Stadtwerke und Versorger, auf die wir angewiesen sind, eigentlich nur auf unsere Kosten gesund stoßen. Also Grüße gehen auch hier von mir raus an die Stadtwerke für euer laut Tenhagen verbrecherisches Verhalten. Der Evergreen. Bei Versicherungen kann man sparen. Mittlerweile kann man so viel bei Versicherungen sparen, dass... ... dass im Regelfall noch ein schöner Urlaub drin war. Ja Mensch, dass durch seine Tipps ein schöner Urlaub drin ist. Wie das bei den ganzen Preissteigerungen in der Vergangenheit aktuell und in Zukunft funktionieren soll. Oh, das geht. Hey, hey, hey. Okay, wir hören auf die Experten. Nein, nein, nein. Sie merken schon, wir haben hier absolute Experten, die sich total einig sind. Die da wären ein Moderator, ein Journalist, eine Anwältin und noch ein Moderator, Verbraucherschützer. Und die erklären uns, welche Versicherung man braucht und welche nicht, weil das absolut ihr Fachbereich ist. Ist Schwachsinn. Ist Schwachsinn. Mein persönliches Lieblingsthema in dieser Stern-TV-Folge. Ein ganzer Berufsstand wird als überflüssig bezeichnet und Provisionen sind natürlich mal wieder böse. Lieber im Internetversicherung abschließen oder bei einem Finanzberater. Normalerweise lieber im Internet als beim Finanzberater, weil der Finanzberater, der lebt von den Provisionen. Das wird gut. Dann haut mal rein, denn das sollten alle sehen. Also Daumen nach oben, abonnieren und teilen, denn es wird wild. Viel Spaß. Schnäppchen, Rabatte, ja und Sparmöglichkeiten. Bei den ganzen Preissteigerungen bin ich persönlich ja schon gespannt, wie ihr das machen wollt. Oh, das geht. Ich weiß, Herr Tenhagen, ich weiß. Beispielsweise auch beim Thema Versicherungen, da sind über 1000 Euro drin. 1000 Euro, Wahnsinn. Das haben wir bei einer Familie herausbekommen, also sie werden gleich sehr überrascht sein, wie viel die sparen konnten und das Geld kann man sicherlich besser in den nächsten Urlaub investieren. Nächster Urlaub. In einer Verbrauchersendung hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass man den Zuschauern empfiehlt, das Geld vielleicht eher mal noch auf die Seite zu legen. Da zum Beispiel mit der Mauterhöhung zum 1.12.2023 und auch der Ausweitung zum 1.7.2024 laut einer Berechnung von BGL auf eine vierköpfige Familie Mehrkosten von 300 bis 400 Euro pro Jahr zukommen. Toll, wir sind im Haus 8. Perfekt. Oder die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19% in der Gastro ab Januar 2024. Gut, dann geht man halt nicht mehr essen. Darüber freut sich die Gastro. Die fahren aber von dem ersparten Geld durch eure Tipps dann natürlich erstmal schön in den Urlaub. Ja, genau. Aber gut, als ob Verbraucherschützer irgendwas ganzheitlich betrachten würden oder so mal in die Zukunft gucken, was passiert denn irgendwann vielleicht. Das Sparziel muss erreicht werden und Bürger brauchen eine gute Geschichte und Urlaub ist eine gute Geschichte. Lenkt nämlich von der Wahrheit ab. Aber auch beim Thema Strom und Gas. Oha, also Strom, Gas, Energiekrise, Preisanstiege, Versicherungsthemen. Da braucht es aber echt Experten, da diese Themen für Menschen, die nicht vom Fach sind, echt schwierig zu durchblicken sind. Für so eine Hilfe, da braucht man den Rat von Experten. Uff. Äh, Moment. So, jetzt ist besser, glaube ich. Bin ja anpassungsfähig, ne? Deswegen haben wir uns gleich drei dazu eingeladen. Bin froh, dass sie auch alle da sind. Hermann-Josef Tennenhagen, Nicole Mutschke und Ron Perlus. Ja, zu Beginn geht es direkt ca. 16 Minuten um das Thema Strom und Gas, das uns als Bürger alle betrifft. Den Originalbeitrag von SternTV habe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt bin ich zwar kein Strom- und Gasexperte, aber auch ich war 2021-2022 dabei. Aber dazu gleich mehr. Zwei Cent weniger ist ja nicht wirklich ein Angebot. Ne, ist kein Angebot. Ist eigentlich ein Versuch eines Stadtwerks, sich gesund zu stoßen an den Kunden. Also auch die Stadtwerke sind böse und kundenfeindlich und stoßen sich nur gesund auf dem Rücken der Kunden, weil sie ja nur zwei Cent runtergehen. Er spricht hier von den Institutionen, die uns mit Energie, also uns Bürger mit Strom versorgen. Läuft da immer alles richtig? Bestimmt nicht. Aber natürlich ist ein Stromtarif über ein Vergleichsportal, das Tenhagen empfiehlt, viel besser, viel besser. 30 Cent sind drin für Sie, der neue Anbieter macht's für Sie, Sie müssen nix tun. Und überschlägig würde ich sagen, sparen Sie 400 Euro. Ja, ja. Oh, jetzt legen Sie aber weit aus dem Fenster. Ja, er lehnt sich generell gerne weit aus dem Fenster, aber er hat noch gar nicht richtig angefangen. Sind die Verbraucher zu Blöd, Herr Tenhagen, oder ist das eine bewusste Verwirrung, die da auch so gestiftet wird, damit man eben nicht durchblickt? Okay, ich selbst zahle aktuell bei einem Grundversorger 37 Cent. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber klar ist Geld, 30 Cent, 37 Cent. Ja, bin ich dann zu blöd als Endverbraucher? Oder denke ich mir, dass es vielleicht auch mal sein Gutes hat, in diesen Zeiten, die politisch und wirtschaftlich ein bisschen herausfordernd sind, bei einem Grundversorger zu sein? Äh, nee, kann nicht sein. Also entweder bin ich einfach dumm oder die Stadtwerke und Grundversorger sind böse. Ja, das wird sein. Denn es lief ja 2021, 2022 so super mit den Billigstromanbietern über Online-Plattformen. Nicht. Und SternTV, wer hätte das gedacht, springt natürlich noch auf den Zug auf und befeuert die Gerüchteküche, damit es für den Zuschauer möglichst spannend wird. Oder spannend bleibt. Müssen ja dranbleiben. Geboten. Ja, natürlich. Also alle Anbieter, die zu hohe Preise haben, versuchen den Leuten zu sagen, dass die Palme im Vorgarten oder irgendwas, was wichtig sei. Oder weil sie vielleicht bessere Leistungen haben, was bei Strom und Gas zum Beispiel eine Preisstabilität sein könnte. Weil sie viel längerfristigere Verträge abschließen. Die dann natürlich auch, aus der Natur der Sache heraus, ein bisschen mehr kosten, aber den Verbrauchern Sicherheiten bieten. Nenn es meinetwegen Strompalme. Aber diese Palme war die letzten zwei Jahre eine saftig, knapptig grüne Palme. Mit wenig Stress. Teure Palme, aber mit wenig Stress. Nur mit solchen Tipps, die ein bisschen in die Zukunft gehen und Leistungsgedanken haben, lässt sich halt auch kein Sparversprechen einhalten. Das bei Tenhagen und Co. über allem anderen steht. Ich meine das als Vermutung. Denn es ist schon doof, wenn die eigene Existenz davon abhängt, keine Mehrwerte zu bieten, sondern zu versuchen, Sparversprechen umzusetzen. Komm mal, was da wolle. Gut, Tenhagen wird auf jeden Fall gleich eher noch eine große Rolle spielen, aber da sitzt doch noch einer. Ron. Perdus, noch nie was von dir gehört vorher. Hammer. Wem ging es da auch so? Ron Perdus, welche Verbraucher, Ron, profitieren denn gerade von den sinkenden Strompreisen? Naja, idealerweise in erster Linie alle die in der Grundversorgung sind. Wir haben sie letztes Jahr dahin geschickt. Nee, Ron. Klar habt ihr letztes Jahr die Kunden über eure Vergleichsprogramme teilweise zu den Grundversorgern geschickt, weil die dann ja auch wieder günstiger waren nach der Krise. Aber ihr habt auch zu verantworten, dass viele Menschen durch die Energiekrise in noch teurere Tarife gezwungen wurden. Aber klar, darüber will man in so einer Sendung natürlich nicht sprechen. Firmen wie Fulminant Energie, Smiling Green Energy, Lithion Energie und Ultima Energie mussten wie auch die Dreistrom GmbH Insolvenz anmelden. Weil sie aufgrund der Energiekrise und der Probleme von Vorlieferanten, mit denen sie ja die Deals hatten, die ebenfalls Konkurs anmelden mussten, keinen Zugriff mehr auf die eingekauften Strommengen hatten. Und wenn du nicht mehr an dein Zeug kommst, dann musstest du zu den dann neu gültigen Preisen einkaufen. Natürlich zu einem hohen Preis. Und da sie das Zeug mit dem hohen neuen Preis dann, dem Verbraucherschutz sei an dieser Stelle wirklich Dank, nicht einfach an den Endkunden weitergeben dürfen, war es das dann für sie. Also ich habe bei meinem Grundversorger jetzt nichts gemerkt. Aber alle Menschen, die bei den eben genannten Anbietern dann rausgeflogen sind, mussten sich dann Neutarife bei den Grundversorgern machen. Und die waren in der Energiekrisenzeit halt richtig hoch. Die habt ihr nirgendwo hingeschickt. Die mussten dahin. Obwohl doch, ihr Profis, die ihr immer über Billig, Billiger am Billigsten geht, ihr seid mit dafür verantwortlich, dass das passiert ist. Denn euer ständiges Schlechtreden und Schlechtmachen und zu teuer hier, zu teuer da und hier kannst du sparen und da kannst du sparen, hat ja dazu geführt, dass die Menschen zu den Billiganbietern gewechselt sind. Weil die Grundversorger ja so böse sind und immer viel zu teuer. Ja, somit habt ihr durch euer Verhalten definitiv dafür gesorgt, dass die Leute dann am Ende den Schlamassel hatten und da hingegangen sind. Zu den Grundversorgern. Mich lässt es da einfach ruhiger schlafen. Aber nicht unbedingt sparen. Obwohl doch, Nerven. Das sind viele. Das sind sehr viele. Letztes Jahr hatten wir bei den geschiedenen Preisen gesagt, geht in die Grundversorgung, die war zu dem Zeitpunkt günstiger. Es hat sich wieder komplett umgedreht. Ja, und das Spiel geht von vorne los. Von Höckschen nach Stöckschen und dann kommt die nächste Krise und das Geheule wird wieder groß, weil man das Spiel nicht zu Ende gedacht hat. Aber so ist es ja meistens, wenn man nicht über die Leistung, sondern nur über den Preis geht. Ah, noch was, um das Thema Strom und Gas jetzt hier abzuschließen. Bisher sind nur private Versorger pleite gegangen, die meist mit billig, billig werben und durch die die Kunden dann in schlechterer Tarife bei den Grundversorgern gezwungen werden. Und wenn das in einer Zeit einer Energiekrise ist, wo die Preise sehr hoch sind und die Leute dann in neue Tarife bei den Grundversorgern müssen, die auch sehr hoch sind, dann ist das ärgerlich. Also sucht euch mal direkt einen vernünftigen Tarif bei einem Grundversorger. Die gibt es nämlich nicht immer in den Vergleichsportalen, sondern ruft einfach mal an oder schaut mal auf den Seiten der Versorger selbst nach. So ein bisschen eigene Recherche tut nicht weh oder ihr lasst euch einfach von einem Strom- und Gasexperten beraten. Kommen wir zum nächsten Teil der Aufarbeitung der Stern-TV-Folge. Kfz, Haus- und Krankenversicherungen. Überall steigen die Preise. Warum es sich jetzt lohnt, alle Polizen zu checken und wie man damit mehr als 1000 Euro sparen kann. Wir zeigen Ihnen, welche Versicherungen Sie wirklich brauchen. Wer ist wir? Tenhagen? Perdus? Also ein Journalist und ein Verbraucherschützer. Perfekt. Okay, Perdus ist auch Moderator, Bestsellerautor, war sogar bis März 23 Programmdirektor bei Intenne Thüringen und Radio Top 40 und hatte sogar eine eigene Radioproduktionsfirma. Also alles Hammer, super Leistung. Bestsellerautor, habe ich gesagt? Bestsellerautor? Bestsellerautor. Wie gesagt, alles Hammer, super Leistung. Aber nirgends finde ich das Thema Versicherungskaufmann, Versicherungsmakler, Fachmann für Versicherung und Finanzen. Gut, 1995 eine Bankkaufmannlehre. Jetzt nicht so viel mit Versicherung zu tun. Achso, ganz wichtig zum Mitschreiben. Ich bin weder gegen Tenhagen, noch gegen Perdus. Wenn ich überhaupt gegen irgendwas bin, dann ist es immer das Verhalten von Menschen, wenn es dazu führt, dass es zum Nachteil anderer ist. Und wenn man über ein Thema wie Versicherung in eine Sendung macht, dann liegt es doch irgendwie nahe, dass man Menschen dazu einlädt, die Ahnung davon haben. Und oder die das zumindest mal 10 Jahre gemacht haben in der Praxis. Hat aber keiner von denen. Okay, genug aufgeregt. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Alter, das ist einem sozusagen kleiner Spaß. Tut mir leid. Achso, da sitzt ja noch Herr Könnes als Moderator. Wie stehen Sie denn zum Thema Versicherung und Sparen? Also ich bin ganz ehrlich, ich würde das Geld dann auch lieber für den Urlaub ausgeben, als für irgendeine unnütze Versicherung. Wort zum Sonntag. Alles klar, dann ist das Team ja vollständig. Mittlerweile kann man die Bewertungen zu dieser Sendung auf Google so ein bisschen verstehen. Nur dass eine 2 in diesem Fall nicht für gut steht. Also SternTV, mal Tachelas, was braucht man denn jetzt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen? Alles, was sie brauchen, ist eine gute Beratung. Wo? Wo ist die? Im Vergleichsportal? Bei euch in der Sendung? Ich habe schon hunderte Familien besucht und beraten und durch meine Tipps haben sie so viel Geld gespart, dass im Regelfall noch ein schöner Urlaub drin war. Ach so, die gute Beratung gibt es bei Ron. Okay, völlig unvoreingenommen, gehen wir mal rein. Unser Experte Ron Perdus ist heute in Gladbeck im Ruhrgebiet mit Familie Walter verabredet. Und Ron verspricht, dass die Familie mindestens 1000 Euro sparen kann. Da sind wir wieder bei den Versprechen. Okay, halten wir nochmal fest, alles wird teurer, vor allem Wohngebäude und auch Kfz. Aber Ron holt 1000 Euro raus. Okay, gut. Wo? Woher? Und wie? Also die haben Wohngebäude, Autos, Autoclub, Krankenkasse, Kinderzusatzkarka... Kinderzusatzkrankenkasse? Gibt's nicht. Kinderzusatzkrankenversicherung. Und Rechtsschutz. Rechtsschutz? Das heißt Rechtsschutz. Aber es kommt halt davon, wenn nicht ein einziger echter Experte beteiligt ist. Zunächst geht's um das Haus und die Wertsachen. Ron sucht im Netz nach Alternativen. Ach so, übrigens, Preisfrage so zwischendurch. Woran erkennt man den Unterschied zwischen einem Verbraucherschützer und einem Experten? Der Verbraucherschützer muss im Netz nach Alternativen suchen. Der Experte kennt sein Handwerk und kann dem Kunden genau das auf seine Bedürfnis angepasste Produkt empfehlen und vermitteln. Kann der Verbraucherschützer nämlich nicht. Ist nämlich kein Vermittler. Das muss der Kunde dann auch selber machen. Ich hab jetzt mal geguckt, was gibt's Alternativ und habe Folgendes gefunden. Und zwar ein Paket aus der Wohngebäudeversicherung mit all den Sachen, die ihr jetzt auch habt. Das heißt, wir werden insgesamt bei. Jetzt muss ich's erst nochmal rechnen. Er vergleicht eine Wohngebäudeversicherung mit einer Wohngebäudeversicherung und muss rechnen? Und was hast du da genau gemacht? Paket? Wahrscheinlich Wohngebäude und man kann nur raten. Noch Hausgrad dabei oder Glas? So ein Paket? Wir werden es nie erfahren, was da genau abgegangen ist. Und Verbraucherschützer dürfen das ja auch nicht zeigen. Weil man ihnen dann sehr schnell ihre Inkompetenz nachweisen könnte. Hat er nicht gesagt. Gut, was soll der neue Spaß denn kosten? 570 Euro im Jahr. Okay. 570 Euro. Aber wenn eine Gebäudeversicherung oder das geheimnisvolle Paket der Rosen 130 Euro kostet und die jetzt nur noch 570 kosten soll. Und das, obwohl Gebäudeversicherungen jetzt um circa wie viel Prozent nochmal steigen müssten, liebe Stern-TV-Redaktion? Die Wohngebäudeversicherung wird bis zu 30 Prozent teurer. Um 30 Prozent. Okay, der GdV sagt 7,5 Prozent voraus. Aber gut, die Folge ist wohl trotz des Ausstrahlungstermins vom 2.11.23 vielleicht wesentlich älter. Aber gut, passt auch wieder zum Format. Es passt einfach kaum irgendwas. Also von 1130 Euro auf 570. Woher soll die Ersparnis kommen? Woher? Das ist krass. Das ist die Hälfte. Das ist einfach mal die Hälfte. Das ist einfach mal die Hälfte. Einfach mal die Hälfte. Rund 550 Euro spart die Familie bei einem Wechsel. Ich würde mich auch freuen, wenn da nicht so ein komischer Beigeschmack wäre. Ich habe mir gerade extra mal die Zeit genommen auf einem Vergleichsportal und meine Wohngebäudeversicherung berechnet. Und die Tarife sind alle, alle ausnahmslos teurer als mein Tarif. Und ich habe eine Optimaldeckung inklusive Elementargefahren, inklusive dem Thema Rohrleitungen, die weiter als Bodenplatte auf dem Grundstück sind. Oder vom Grundstück wegführen. Inklusive Nebengebäude und Ölraum. Und hast du nicht gesehen. Also woher die Hälfte? Ich frag nur. Ich würde es gern wissen, Ron. Ron. Völlig unvoreingenommen, versteht sich. Man kann nur mutmaßen, ob da vielleicht eine Leistung fehlt. Dann lasst uns weitermachen mit dem Nächsten. Yes, unbedingt. Kann nur besser werden. Sehr gerne. Mit der Autoversicherung. Ron findet ein vergleichbares Angebot für 400 Euro weniger im Jahr. Wow. Mein Gott, ey. Also. Klatsch, wie er sich freut. Also. Denn dadurch ist er endlich auf seine versprochenen 1000 Euro gekommen. Wie auch immer die Leistungslage aussieht, er hat es geschafft. Welch Freude. Wahnsinn, ja. Ich hätte es niemals gedacht. Wirklich nicht. Aber das kann es doch noch nicht gewesen sein, Ron. Du hast bestimmt noch einen super Spartipp, oder? Kleiner Spartipp noch. Ich habe ja gesehen, ihr habt auch eine Mitgliedschaft im Automobilclub, die echt Geld kostet. Ihr könnt so eine Versicherung auch mit in die Autoversicherung mit aufnehmen. Das macht manchmal nicht viel aus. Das wäre dieser Schalter, den man ja einfach umlegt. Den Schutzbrief quasi einmal anschalten. Also es sind auch immer 110 Euro drin. Die sind einfach nebenbei. Das ist jetzt quasi nebenbei sparen. Ne, Ron. Das ist nicht nebenbei sparen. Die Mitgliedschaft im ADAC. Darf ich das sagen? Nehme ich zumindest mal an. Nennen wir es einfach mal Autoclub. Bin ich auch drin. Kannst du nicht mit der Schutzbriefleistung vergleichen? Also ich bin pro Schutzbrief. Ausnahmslos. Immer. Kostet ja nur ein paar Euro. Aber der Schutzbrief bezieht sich nicht auf die Person, die das Auto fährt. Sondern auf das Auto selbst, das versichert ist. Also das versicherte Fahrzeug. Fährt der Kunde mit einem anderen Fahrzeug. Oder im Ausland mit einem Mietwagen. Oder, 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 oder. Dann bringt dir der Schutzbrief nix. Die Autoclub-Mitgliedschaft schon. Autoclub. Das hört sich so blöd an. Check24 dürfen sie in der Sendung sagen. Aber ADAC nicht, oder was? Ein Schelm, wer Böses denkt. Dann machen wir weiter. Krankenkasse. Die Krankenversicherung kann man übrigens jederzeit wechseln. Ron sieht ein großes Sparpotenzial. Ja gut, 90 bis 95 Prozent der Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung sind sehr ähnlich. Unterschiede gibt's aber dennoch. Auch hier nicht einfach auf den Zusatzbeitrag schauen, um zu sparen. Sondern lieber wirklich auf die entsprechenden Stärken der Kasse gucken. Je nach persönlicher Situation. Auch hier gibt's Profis, die sich damit auskennen. Steffi und Dennis hätten 225 Euro übrig. Ein Wechsel ist nur wenige Klicks entfernt. Ja, bis die Kasse dann irgendwann auch wieder die Beiträge anpassen muss. Und dann gibt's wieder ein Hin- und Hergewechsel. Damit macht man sich bei den Kassen keine Freunde. Und Freunde braucht man in Zeiten wie diesen schon. Aber gut, Ron erreicht sein Sparziel. Und das ist ja schließlich alles, was zählt. Gut, da war doch noch was mit und für die Kinder. Aus Rons Sicht eine Geldverschwendung. Für ihre Kinder haben die Walters noch eine extra Krankenversicherung. Äh, okay, okay. Krankenzusatzversicherung für Kids. Geldverschwendung. Check. Ähm, eine private Zusatzversicherung für das Krankenhaus. Okay, das heißt, wenn ein Kind mal ins Krankenhaus muss. Also quasi das Einkommen des Kindes wird ausgeglichen, das wegfällt. Ja. Okay, was arbeiten die Kinder? Witzig. Wird da witzig. Also im Regelfall sind das Versicherungen, die man jetzt nicht zwingend braucht aus meiner Perspektive. Okay, ich denke oder vermute, es geht hier ums Krankenhaus-Tagegeld für Kids. Das ist tatsächlich nicht wirklich nötig. Also das sind 10 Euro am Tag. Anders wäre es beim Thema Zwei-Bett-Chefarzt. Oder auch bei der Begleitung der Eltern, wenn mal was heftigeres im Krankenhaus passiert, wo es gut ist, wenn man beim Kind bleibt. Bedeutet eine Krankenzusatzversicherung für Kinder ist definitiv keine Geldverschwendung, sondern kann im Fall der Fälle wirklich sehr viel bedeuten. Auch die Rechtsschutzversicherung von 220 Euro im Jahr überdenken die Walters. Denn eine juristische Auseinandersetzung hatten sie in 10 Jahren nicht. Warum habt ihr euch nicht mehr mit den Nachbarn angelegt? Einfach nur, um die Versicherung zu nutzen. Witzig. Ja. Die Kündigung geht morgen raus. Witzig. Nach rund 90 Minuten Gespräch mit Ron steht für die Walters fest, drei Versicherungen wollen sie wechseln und drei komplett kündigen. Insgesamt sparen Dennis und Steffi so 1.705 Euro. Tja, wer hätte das gedacht? Man kann sparen, wenn man kündigt. Oder das, worum es bei Versicherungen hauptsächlich geht, nämlich den Leistungsfall und die Leistung selbst einfach zu reduzieren. Genius. Wahnsinn. Ja, wirklich. Also. Wow. Ja, wow. Richtig viel Geld. Und das fließt wohin? In die Urlaubskasse. Sehr gute Entscheidung. Ja, sehr gute Entscheidung. So, also wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Das glaube ich aber auch. Verträge kündigen, weil ja noch nie ein Schaden eingetreten ist. Das kann jeder. Ich habe keinen Bock mehr. Das geht mir echt an die Gehirnsubstanz. Das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, ich brauche kein Geld für ein Kletterseil ausgeben, weil ich bin beim Klettern noch nie abgerutscht. Oder ich brauche kein Geld für eine Berufsunfähigkeitsversicherung ausgeben. Bin ja noch nie berufsunfähig geworden. Oder ich brauche auch kein Geld für eine Wohngebäudeversicherung ausgeben. Hat noch nie gebrannt. Oder ich brauche keine Elementarversicherung. Hier ist noch nie ein Haus abgesoffen. Ihr merkt selbst, oder? Also sorry, jetzt reicht's. Jeder Verbraucherschützer, jeder Möchtegern-Experte, der sich ins Fernsehen stellt und sagt, eine Versicherung macht keinen Sinn, weil ja bislang nie ein Schaden eingetreten ist. Den darf man nicht nur nie wieder einladen, der müsste sich eigentlich einer Untersuchung unterziehen, ob noch alles in Ordnung ist. Ich sag eigentlich. Stichwort Überversicherung, das ist wahrscheinlich auch ein kleines Problem. Absolut. Er kommt darauf an, wer die Überversicherung feststellt. Ein Profi, der wirklich weiß, was er da tut, oder ein sparmotivierter Verbraucherschützer, der sein Versprechen halten muss, weil er sonst nämlich Schwierigkeiten hat, sein Honorar zu rechtfertigen. Hm. Denag im Beitrag haben wir auch gesehen, dass die Familie mehrere Versicherungen beim gleichen Versicherer hatte. Ist das ein Vorteil? Ja. Vom Preis her normalerweise nicht. Preis. Schon mal was von Bündelnachlässen gehört? Oder Kulanz? Auf die du pfeifen kannst, wenn du bei einem Versicherer nur einen Vertrag hast? Okay, er ist riesig groß. Komm, weiter. Äh, was vom Handling wäre ein Vorteil, wenn man einen Betreuer hat. Betreuer hat man in der Pflege, Herr Tenhagen. Und da lande ich auch bald, wenn das so weitergeht. Der darf nur nicht zu viel Geld nehmen. Ah, jetzt wird das fast auch noch aufgemacht. Also eigentlich braucht man Ron Perdus zuerst mit einer Preisliste und dann kann man zu seinem Betreuer gehen und sagen, wenn du das zu dem Preis machst, mache ich alles bei dir. Ja, witzig. Ah, jetzt wird es stelle. Naja, ich habe das gerade fließen, Angst bekommen. Zu Recht, das macht dich gerade wieder ein bisschen sympathisch, Ron. So, und Sie fragen sich jetzt zu Hause, warum stehen die hier? Ja, das fragen wir uns wirklich. Also hier steht eine ganze Menge. Ja. Eine Autoversicherung, würde ich dann sagen, mal rüber auf grün. Genau, weil man muss die haben, man darf das Auto ja nicht fahren ohne eine Haftpflichtversicherung. Das ist richtig. Ein Punkt für Tenhagen. Die nächste wichtige Versicherung, die wir uns hier rauspicken, wäre die? Krankenversicherung? Die Krankenversicherung, ja. Ich meine... Da führt auch kein Weg dran vorbei. Führt kein Weg dran vorbei. Ja. Haben wir noch eine, die wichtig ist? Ja. Die Haftpflichtversicherung. Die Allerwichtigste. Oh, dann wird ja. Geht ein Raunen durch die. Ja, ja. Alle einig. Alle einig, genau. Brauchen wir. Brauchen wir. Aber die Krankenversicherung ist da schon wichtiger. Aber gut, meine Meinung. Wobei, ich habe ja heute gelernt, ich könnte ja auch meine Haftpflichtversicherung kündigen. Weil seitdem ich die nämlich habe, habe ich noch nie einen Haftpflichtschaden gehabt. Das sind jetzt schon 19 Jahre. Junge, was hätte ich sparen können? So, warum ist die Haftpflicht so wichtig? Weil wenn ich irgendwas anstelle, was jemand einen riesen Schaden macht, dann muss ich für den Schaden aufkommen. Und dafür ist die Haftpflichtversicherung da. Also, die bezahlt den Schaden. Und wenn ich den Schaden nicht bezahlen muss, dann ist sie sozusagen meine Rechtsschutzversicherung und verteidigt mich auch noch gegen denjenigen, die von mir den Schaden bezahlt haben will. Zweiter und dritter Punkt für Tenan. Jetzt wissen wir, die müssen wir auf jeden Fall haben, Ron Perdus. Da ist aber das Einsparpotenzial, weil die nicht so verhältnismäßig teuer ist, nicht so riesengroß, oder? Das ist nicht groß, aber es ist trotzdem wichtig, sie anzuschauen. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich sage mal so, alle fünf Jahre Blick drauf werfen, weil sich die Vertragsbedingungen ja auch immer wieder verändern und manchmal auch besser werden, auch zugunsten von Verbrauchern und Verbrauchern. Punkt für Ron. Absolut guter Tipp. Es gibt in letzter Zeit, also in den letzten zwei Jahren Bestleistungstarife. Das sind Versicherer, die sagen, wir bezahlen alles. Wenn irgendein anderer Versicherer auf diesem Markt das bezahlt, bezahlen wir das auch. Soll man auf jeden Fall so eine Haftpflichtversicherung haben und eine gute, das ist wirklich gut investiertes Geld. Vierter Punkt für Tenan. Genau das bekommst du bei einem guten Versicherungsmakler. So, jetzt wird es spannend. Gut, jetzt haben wir über Wichtige gesprochen. Jetzt reden wir mal über die Unwichtigen, die wir hier auf die rote Position stellen. Was picken wir uns da raus? Das ist meine Lieblingsversicherung. Ja. Reisegepäck. Ja, aber da kann immer was passieren. Warum ist die unwichtig? Aus vielerlei Gründen. Ne. Einmal, weil man meistens schon einen anderen Anspruchgegner hat. Naja gut, diese Situation habe ich auch, wenn mir einer reinfährt und ich aufgrund eines Unfalls im Rollstuhl lande. Dann habe ich, was das Thema Unfallversicherung angeht, auch erstmal einen anderen Anspruchgegner, weil der ist mir reingefahren und dann kann ich da erstmal rangehen. Das bedeutet aber nicht, dass die Unfallversicherung überflüssig ist. Also der Reiseveranstalter, die Fluggesellschaft oder wenn man individual unterwegs ist, dann achtet man auf sein Gepäck. Ah, wenn man auf sein Gepäck achtet, braucht man es nicht zu versichern. Weil ich auf mein Verhalten achte, brauche ich keine Haftpflichtversicherung. Dit wäre die richtige Schlussfolgerung. Perfekt. Plus man hat auch noch die Hausrat, die da eigentlich auch noch mit zuständig ist. Ähm, nee, schwierig. Also deine Hausratversicherung, wenn du eine hast, sichert dein Hab und Gut im Urlaub, zum Beispiel im Hotelzimmer ab, wenn da eingebrochen wird. Aber auf der Straße, im Restaurant generell, wenn du unterwegs bist, Diebstahl am Flughafen etc., da kannst du dir deine Hausratpolize an den Oberschenkel tackern. Viel mehr bringt sie dir dann nämlich in diesen Fällen nicht. Also sprich, die kann man sich eigentlich sparen. Eigentlich. Macht's bitte abhängig von euren Wertgegenständen und euren Bedürfnissen und nicht von den Ratschlägen branchenfremder Tippgeber. Dankeschön. Was ist mit der Unfallversicherung? Festhalten. Klingt besser als sie ist. Da sag ich jetzt nichts zu. Ja. So kann man das vielleicht sagen. Greift halt eigentlich in den wenigsten Fällen. Nee, greift immer dann, wenn genau das passiert, wofür sie da ist. Sekunde, ich muss sie jetzt erstmal platzieren. Dann rot. Rot. Wir sind bei rot eher. Wir sind eher bei rot, ja. Natürlich sind wir bei rot. Wo denn sonst? Ja, aber wenn ich jetzt einen Unfall hab, ist doch super, wenn ich die hab. Ja, die zahlt halt nicht bei jedem Unfall. Genau. Ah. Alter, natürlich zahlt die nicht. Nur weil ich einen Unfall hab. Sondern wenn ich aufgrund eines Unfalls eine Invalidität erleide, die mich dauerhaft einschränkt. Und diese Einschränkung mich dann Geld kostet. Mann, 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 Mann. Die zahlt ja nur, wenn ein bleibender Schaden da ist. Und das ist bei den wenigsten Unfällen. Und die meisten Leute machen sich ja Gedanken, dass die dann zahlt, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, nichts mehr tun kann. Bei der Wichtigkeit der Unfallversicherung schaut man sich auch nicht die Menge der Unfälle an, sondern die Menge der daraus resultierenden Schäden, also der Invaliditätsfälle. Und das, Herr Tenhagen, waren 2022 mal schlappe 3479 Millionen Euro. Also knappe dreieinhalb Milliarden. Nein, nicht Beiträge. Leistungen, 3479 Millionen Euro wurden an Leistungen ausgezahlt an Menschen, die eine private Unfallversicherung abgeschlossen haben. Und einen Schaden haben, der sie berechtigt, das Geld zu bekommen. Aber die zahlt ja nie. Genau. Macht keinen Sinn. Ne, es braucht keiner. Ne, natürlich. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal... Stefan, benimm dich. Geht ja noch weiter. Wenn ich zu Hause in der Dusche ausrutsche, dann war das ein Unfall. Stehe ich wieder auf und dusche weiter, dann ist selbstverständlich die Unfallversicherung davon nicht betroffen. Aber ich brauch sie dann ja auch nicht, weil es ist halt nichts passiert. Breche ich mir aber einen Wirbel und sitze im Rollstuhl, dann wird sie wichtig. Und Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder Gliedmaßen nach einem Unfall nicht mehr benutzen können oder blind geworden sind oder was auch immer, die habt ihr halt auch nicht in die Sendung eingeladen. Solltet ihr aber mal tun. Die würden euch nämlich was anderes erzählen, wie teuer Mobilität wird. Oder wie teuer der behindertengerechte Umbau des Hauses beziehungsweise der Wohnung etc. wird. Mann, Mann, Mann. Aber dann hat man ja kein Argument mehr, um zu sparen. Soll Geld sparen. Fallversicherung weg, Geld gespart. Ja, besser. Aber es ist tatsächlich so, mehr als 90% der Leute, die irgendwann nicht mehr arbeiten können, haben eine Krankheit gehabt und nicht einen Unfall. Das heißt, man braucht eine Berufsentfähigkeitsversicherung. Das ist extrem wichtig, aber keine Unfallversicherung. Wir machen es kurz. Die BU sichert deine monatlichen laufenden Kosten ab. Ist ja ein Ersatz für deine Gehaltszahlung, weil du die nicht mehr kriegst, weil du nicht arbeiten kannst. Geld für deinen Umbau brauchst du nicht, wenn du wegen Krankheit berufsunfähig wirst. Aber bei einem Unfall bringt dich die BU nicht in den ersten Stock. Die fährt dich auch nicht in der Gegend rum. So. Komm, wir haben keine Zeit weiter. Viele haben ein Haustier zu Hause. Katze oder Hund sagen dann, die müssen versichert werden. Also wie wir eine Krankenversicherung haben, machen wir es für das Tier auch. Die Tierkrankenversicherung. Wenn er die Globulismus oder weiter nicht. Wäre echt teuer, wenn man das vernünftig machen würde. Lass mal stehen. Tiere. Ei, ei, ei. Also Herr Tenhang meint OP-Versicherung ja. Krankenversicherung, also Vollschutz nein. Da gibt es weiter hinten in der Sendung noch eine Zuschauerfrage, die ich hier mal direkt dazu packe, damit es doppeltriggert. Stefanie, meine Frage ist, ob eine OP-Versicherung für meinen Hund sinnvoll ist. Ja, könnte sinnvoll sein, wenn man das machen möchte und das Geld über hat. Dann würde ich eher die OP-Versicherung nehmen, weil die halt nicht so teuer ist. Die zahlt halt nur in Operationen und die können teuer sein, aber die volle Krankenversicherung nicht. Wie erkläre ich das jetzt jemandem, der keinen Plan hat? Die Tier-KV, die Krankenversicherung, die Vollversicherung, also der Vollschutz, ist noch viel wichtiger als die OP-Versicherung. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Klar, der Hund hatte einen Unfall, du legst fünf Scheine auf den Tisch, der wird operiert, alles super. Vielleicht hat man noch die Kohle irgendwo rumliegen, kriegt man hin. Aber wenn mein Hund chronisch krank wird oder Medikamente braucht, regelmäßig oder Allergiker wird, dann braucht man eine Krankenversicherung, also einen Vollschutz. Machen wir weiter, was ist mit Endoskopie? Also die Technik der Tierärzte, die schreitet genauso voran. Kein Schnitt, keine Naht, also keine OP im medizinischen Sinne. Und die OP-Versicherung wird dann nicht greifen, obwohl hohe Kosten anfallen. Ey klar, lieber eine OP-Versicherung als gar nichts fürs Tier. Und hast du die Kohle auf der Seite, um Dinge, die anfallen, zu bezahlen, Wayne? Aber auf wie viele Tierbesitzer trifft es schon zu? Also Vollschutz, so wie für uns Menschen. Ist uns das zu teuer, dann halt zumindest OP. Oder halt dann kein Tier, wenn man sich die Versorgung nicht leisten kann. Aber das ist meine persönliche Meinung. Grüße gehen raus an Karin. Zahnzusatz. Da sind wir uns nicht so 100% einig, aber grundsätzlich ist es nicht die wichtigste Versicherung. Stimmt. Also entweder man spart oder man schließt die Versicherung ab. Und zwar eine gute. Stimmt nicht. Was ist denn, wenn ich starte mit dem Sparen? Sagen wir mal 50 Euro, was ja schon gar nicht so wenig ist, um das für 10 auf die Seite zu legen. Und nach einem Jahr brauche ich aber 2500 Euro für Zahnersatz. Genau, ist doof. Meine Empfehlung vom Profi beraten lassen und die Zahnzusatzversicherung wie eine Art Zahnsparbuch sehen. Je nach Tarif sind die Leistungen in den ersten Jahren zwar gestaffelt. Also man kriegt nicht gleich im zweiten Versicherungsjahr 10.000 Euro für Zahnersatz. Meistens gibt es da so Staffelungen. Aber wer jünger startet, zahlt erstens weniger und je älter man wird, desto höher wird der Schutz und desto wichtiger wird ja auch Zahnersatz. Die Leistungszusage seitens des Versicherers sind also nach ein paar Jahren auch schon richtig hoch. So hat man nämlich schon ab dem ersten Jahr Schutz, was beim Sparen nicht der Fall wäre. Und in schwierigen Zeiten würde man die Rücklage auf jeden Fall aufbrauchen. Kann mir keiner erzählen, dass wenn irgendwas in der Familie passiert, bei den Kindern, privat, im Job, was auch immer, dann lässt man die Kohle für seine Zähne nicht einmal auf dem Sparbuch liegen. Aber bei der Versicherung besteht der Anspruch weiter, solange man zahlt. Das ist wesentlich smarter und klüger. Nur mal so. Nebenbei. Und das Zweite ist, immer dann, wenn der Zahnarzt schon gesagt hat, da muss was gemacht werden, zahlt die Versicherung nicht mehr. Was für ein Grund, sich gegen eine Versicherung auszusprechen. Wenn dein Haus brennt, kannst du auch keine Versicherung mehr abschließen. Wenn bei dir eingebrochen wird, kannst du auch nicht nachträglich noch die Hausrat abschließen. Wenn du vom Nachbarn verklagt und bei Gericht sitzt, kannst du auch nicht einfach die Rechtsschutz anrufen und sagen, ey, versichert mich mal schnell. Alter, ey. Glasbruch. Nein. Weg damit. Das war eindeutig. Glasbruch. Ja gut, das ist ein anderes Thema. So, Sie merken schon, wir haben hier absolute Experten, die sich total einig sind. Ja, haben wir gemerkt, die ganze Sendung über. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Rufmord an einer ganzen Branche. Lieber im Internetversicherung abschließen oder bei einem Finanzberater. Normalerweise lieber im Internet als beim Finanzberater. Ja, was willst du auch anderes sagen, wenn du dafür bezahlt wirst, dass du Werbung für Vergleichsportale machst. Oder über Affiliate-Links Provisionen von eben diesen erhältst. Aber warum ist es online besser als beim Berater, Herr Tenhagen? Weil der Finanzberater, der lebt von den Provisionen. Ach so, ja. Unverschämtheit. Und ein Vergleichsportal wie Check24, die rechtlich gesehen nach § 34 D Gewerbeordnung Versicherungsmakler sind, also Vermittler von Versicherungen. Und Überraschung, für jede vermittelte Versicherung kassieren sie Provisionen. Nein, hat er nicht gesagt. Upsi. Und somit wird der Online-Abschluss sogar noch fragwürdiger. Denn nicht nur, dass du so oder so Provisionen latzt, online hast du nicht mal eine ausreichende, allumfassende, in die Zukunft mit berücksichtigende, qualitative Beratung. Auch wenn der Leistungsfall eintritt, weshalb du den ganzen Quatsch machst, darfst du das alles schön ganz alleine machen. Weil online ja viel besser ist. Hey, online ist okay. Vergleichsportale haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Alles wunderbar. Ich nutze sie auch. Ich bin aber auch vom Fach. Und auch wenn man nicht vom Fach ist. Man kann sich schlau machen, man kann sich informieren, man kriegt einen Eindruck, man kriegt ein Gefühl. Super. Gibt es Ausnahmen? Immer da, wo es geht, macht man es im Internet. Ausnahme, Berufsunfähigkeitsversicherung, da brauchen Sie einen Makler, der Sie berät, da geht gar nicht ohne. Grüße gehen übrigens raus an alle Vermittlerinnen und Vermittler, die nicht Makler sind, sondern als gebundene Vermittler oder in der Ausschließlichkeit tätig sind. Ihr könnt laut Tenhagen leider keine Beratung im Bereich Berufsunfähigkeit anbieten. Ihr seid ja keine Makler. Ach ja, herrlich. Und jetzt noch ein Kracher. Hinterher. Weil zu schön ist. Noch eine Frage von Elisabeth. Woher weiß ich, welcher Versicherer Berater seriös ist? Also erstmal, es gibt ja Versicherungsberater, die sind nicht von einer Versicherung. Dann gibt es Makler, die sind für ganz viele unterschiedliche Versicherungen unterwegs. Boah, nee, nee. Makler sind ganz bestimmt nicht für viele verschiedene Versicherungen unterwegs. Die sind für einen Kunden unterwegs. Die vertreten nämlich im Gegensatz zu einem Versicherungsvertreter nicht die Interessen der Versicherung, sondern die Interessen des Kunden. Junge, Junge. Und dann gibt es Berater, die von der einen Versicherung sind. Und eigentlich kann ich es nur erkennen, wenn ich mit denen lange spreche und mit mehreren gesprochen habe. Und wo immer es geht, würde ich auf den Mann oder die Frau verzichten, weil die müssen bezahlt werden und die werden von meinem Geld bezahlt. Ich könnte in den Bildschirm kotzen. Dieses Verhalten erzeugt in mir Brechreiz. Eigentlich wollte ich es so machen. Wie kann man bei Stern TV im Fernsehen so über eine ganze Branche sprechen? Und das aus dem Mund eines Mannes, dessen Laden Finanztipp in seinen Beiträgen sogenannte Affiliate-Links auf Produktgeber nutzt. Also eine Affiliate-Provision bekommt. Finanztipp nennt das allerdings Gebühr, nicht Provision. Und weil sie das sogar bis 2019 irreführend als Schleichwerbung tarnten, wurde Finanztipp 2019 rechtskräftig vom Oberlandesgericht Dresden verurteilt. Ist hier besser, denn ist hier besser als jeder Comicstreifen. Verlasse ich mich da auch so ein bisschen auf mein Bauchgefühl oder... Nee. Nee, besser nicht. Vermittler sind halt alle böse und kassieren Provision. Und weil es so schön war, guckt euch das an. Der schaut da rüber zu Ron und denkt sich so, den hab ich jetzt nochmal gegeben, ey. Unfassbar. Kriterium. Ich würde Honorarberater empfehlen. Die sind bei keiner Versicherung beschäftigt, die bekommen keine Provisionen. Die muss man selbst bezahlen. Das ist eigentlich die beste und optimalste Lösung. Ah, sagt der, der als Verbraucherschützer Honorare kassiert. Und versucht, seine Sparbetragsversprechen beim Kunden selbst mit Vertragskündigungen zu erreichen. Und der Kunde bezahlt das auch noch. Von seinem Geld. Wie war das nochmal mit den Provisionen? Weil die müssen bezahlt werden und die werden von meinem Geld bezahlt. Ah, jetzt hab ich's, glaub ich, endlich verstanden. Wenn ich bei einem Versicherungsmakler Kunde bin und Verträge vermittelt bekomme, dann erhält dieser im Gegenzug für seine Beratung Vermittlung eine Provision. Wer zahlt die? Ich. Als Kunde. Von meinem Geld. Jetzt geh ich zu nem Honorarberater. Der berät mich. Der bekommt ein Honorar. Wer zahlt das? Ich. Als Kunde. Von meinem Geld. Jetzt geh ich auf ein Online-Portal, das rechtlich gesehen auch ein Vermittler ist. Dort schließe ich einen Vertrag ab. Das Portal verdient daran Provision. Wer zahlt die? Ich. Als Kunde. Von meinem Geld. So, und wenn Sie jetzt zu Hause sagen, boah. Ja, das sag ich. Boah. Das waren viele Informationen, das würde ich ganz gerne mir nochmal in Ruhe durchlesen. Gar kein Problem. Doch, das ist ein Problem. Auf stern.de slash Versicherungen können Sie ganz in Ruhe alles zum Thema Versicherung, was wir jetzt gerade besprochen haben, nochmal nachlesen. Hm, weiß ich nicht. Abschließend, wende dich bei Fragen zum Thema Versicherung bitte wirklich an die Vermittlerin, den Vermittler deines Vertrauens. Oder an die Person, die dir dieses Video geschickt hat. Das ist gesünder. Und vielen Dank an die Runde. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge jetzt klären können. Nee, ganz im Gegenteil. Aber vielleicht hat mein Video jetzt geholfen, die verbrannte Erde so ein bisschen wieder zu bepflanzen. Ach so, noch was, wenn RTL der Meinung ist, das hier wegstriken zu müssen, dann werde ich jede Handlung im O-Ton nachproduzieren und das Video wird dann nur noch schlimmer für alle. Muss ich schon mal machen. Ging nicht gut aus. Irgendwann müssen die Handlungen von vermeintlichen Experten auch mal Folgen haben. Eine Bitte am Ende habe ich noch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Kommentiert es, teilt es, liked es, abonniert meine Kanäle, damit diese Formate immer wieder aufgearbeitet werden und die Wahrheit dort draußen zu den Bürgern kommt. Wenn sie im Fernsehen mal wieder verdreht wurde. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Stefan. Ach so, noch was. Je nach Plattform, wo diese Videos von mir veröffentlicht werden, gibt es nicht immer die Möglichkeit, in der Videobeschreibung alles reinzupacken. Das komplette Impressum, also die komplette Videobeschreibung mit allen Links zu allen Quellen, findet ihr auf meinem YouTube-Kanal Stefan Peters. Unter dem Video ist alles aufgelistet. Da habt ihr es. Mit Spaß damit. Ach ja, PS. Weil ich jetzt schon wieder weiß, dass irgendwelche Monkeys unter meinem Video kommentieren werden, so nach dem Motto, äh, aber du bist Experte oder was? Du bist vom Fach, was willst du uns denn erzählen? Ja, ich hab das selber elfeinhalb Jahre gemacht. Von 2007 bis 2018 war ich aktiv in der Versicherungsvermittlung tätig. Ob biometrische oder Gewerberisiken, private oder gesetzliche Krankenversicherung. Auch den 34F nach IHK hab ich gemacht, das heißt, ich bin Finanzanlagenfachmann. Und auch den 34I nach IHK, den Immobiliardarlehensvermittler, hab ich gemacht. Ich kann also eine ganze Menge über diese Themen sprechen und werde es auch immer wieder tun, wenn im Internet oder im Öffentlich-Rechtlichen Mist erzählt wird. Wie in dieser Sendung.